Moin, hier ist der Cracky von Ravioli. Neben mir ist der Magic M von Ravioli. Sieht man mich denn hier überhaupt? Ja, man sieht dich. Ja, das ist schön. Wir sind auf dem Weg zum Geburtstag vom RIP von Ravioli. Denn er ist 40 geworden. Ja, wirklich wahr. Das heißt, heute ist Samstag, keine Bastelnacht. Tut mir leid. Aber, ihr werdet das überleben. Ich bin zuversichtlich, weil das Wetter ist ja Knorke, ist ja Bombe. Fantastisch. Und, ihr könnt mir gerne einen Gefallen tun. Und zwar, es gibt ein neues Livestreaming-Portal. kick.com kick.com slash Ravioli Lasst mal ein Follow da. Wir werden dort auch streamen. Lasst euch überraschen. Lasst euch benachrichtigen. Es ist zurzeit sehr attraktiv. Sowohl für den Streamer, als auch für den Zuschauer. Weil zurzeit gibt es da noch keine Werbung. Es wird nicht Twitch abgelöst. Aber, wir werden uns darauf auf jeden Fall austoben. Wir werden uns das mal anschauen. Ich verspreche euch eine ähnliche Experience über Twitch. Und mal gucken. Vielleicht sind 2000 Kbps für viel bessere Bildqualität auch wunderbar zu genießen. Ansonsten, habt ein schönes Wochenende. Wir sehen uns. Tschüss.